Hallihallo, ich bin hier auf der Chaos-Bucht und möchte das Shireva-Ritzel machen da auf dieses scheiß Automaten da. Jo. Da ist er ja. So, die Wogen sich in Energien des Loops wurden genutzt, dass du vier Kärten beschenken. Okay, die Forschung. Nummer 7, Dr. Vengie hat das gemacht. So, Ankunft, Black Rift Eiserstadt, warten wir nach Bestimmung, wer landete damals, das war die Nummer 2. Das war ich. Das große Jenseits ist das. Da, 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 da. Keine Ahnung, was das wieder ist, verkacke ich jetzt, glaube ich, wieder. Eigene Maste. Dosis. Ich mach mal 7. Ey, das habe ich immer falsch gehabt. Es konnte nur noch das sein. Ja, cool. Das andere müsste ich jetzt eigentlich so hinkriegen. das waren die Korallen-Pengen, ne? Ja, das ist die Nummer 8. Äh, Karls, wofür ich jetzt? Da bin ich auf der Daimstall TV, wenn ja drunter steht. Wo ist da mit der Anhänger? Das müsste die 5 sein. das ist die nummer 6 der gemeinsame traum eine 3 eine luftwaffe basis die nummer 3 so und das heißt operation nr 3 dann haben wir den blödsinn auch juhu endlich super das war es jetzt den blödsinn habe ich auch schon gespielt das ist ja nicht wirklich ein spiel sondern packst eine scheiß batterie rein und gut ist ja dann haben wir das auch danke fürs zusehen ich hoffe es hat euch geholfen jo dann bis zum nächsten mal und tschüss ja 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 ja